Wir sind jetzt zurück zu Part 9 und beim letzten Part, bei Part 8 waren wir in der Schule und da sind wir immer noch, weil wir nach dem gewissen Snake Fist suchen, der uns die ganze Zeit über Funk unterstützt und hilft. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir den finden und wo wir den finden. Äh, nein! Mist, Beckett, du bist okay, oder? Ich muss Keegan zum APC zurückbringen. Beckett, dieser Snake Fist könnte uns vielleicht heil hier rausbringen. Tu, was nötig ist, damit er am Leben bleibt. Geh du besser weiter. Viel Glück. Mist, sauber! 落im Austausat Hösch Hösch Hö� Hösch Hösch Eintruch fällt aus! Ok, ich weiß schon, dass ich die Gebäude habe. Ich weiß nicht, 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 dass ich die Gebäude habe. Also dieses Scharfschützengewehr ist sehr effektiv gegen diese Gepanzer. Leute. Auf diese Wache stehe ich nicht auf die Hammerhead. Ich schieße nämlich zu den Nagelfeilen quasi. Die kennen wir auch schon aus dem ersten Teil von 4. Hier wurde schön diese Leute an die Wand mit einem halben Kratz. Ich weiß nicht, dass ich keine Gebäude habe. Ich weiß nicht, dass ich die Ab�-Karte haben kann. Ich hoffe, Sie sind bald hier. Hier wird's immer schlimmer. Replikas kommen aus allen Ecken. Zum Sanitätsraum gehen. Ich wiederhole, zum Sanitätsraum. Ach nee, noch nichts. Ich dachte, da wäre noch eine andere Tür. Vielleicht für Nebenraum, wegen neuen Daten. Die man hier sammeln kann. Die Maikade sind gleich fertig, Herr. Aua! Die Maikade sind gleich fertig. Die Maikade sind gleich fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier scheint auch nichts zu sein, nichts Neues. Hier haben sie auch schon alle zugeschweißt. Hier haben wir einen Backpack mit Gott. Was ist das? 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 Da dürfte auch nichts mehr liegen dann Ich habe eine neue Rüstung gefunden. 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 Ich habe eine neue Rüste gefunden. Halt in Position. Hier kann er nicht durch. Gehen! Kanate! Aufwärmung! Mehr Seko! Einer ist der! Kanate! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, dass es jetzt zum Snakefist geht. Ich sollte auch bald umgekommen sein. So, Part 9 ist zu Ende. Bald machen wir die 10 voll. Ja, also wir sind auf einem guten Wege zum Snakefist. Und mal gucken, was der uns dann sagen möchte. Bis Part 10 dann. Ciao. 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 Vielen Dank.